Während ihr alles zusammengesucht habt, habe ich das Ritual erforscht, das wir durchführen müssen. Wir werden Una beschwören und sie dann an diesen Ort binden. Besiegt sie dort und ich werde die Magie wieder im Totem versiegeln. Ich kenne ein altes Hügelgrab im Düsterwald, wo uns niemand stören wird. Gehen wir. 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 Es ist soweit. Platziert die Gegenstände auf den Podesten. Und ich werde das Ritual beginnen. Das werdet ihr uns nicht wegnehmen. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Ich werde das Hügelgrab später versiegeln, sodass niemand sonst in Versuchung kommt, Unos Fehler zu wiederholen. Trefft mich wieder auf dem Schemenhof. Ich möchte sehen, wie es den anderen Bauern geht. Ich werde das Ritual. Schiffra meint, der Ruf sei noch zu hören, wenn auch leiser. Wir haben sie nicht geheilt, aber die Ausbreitung eingedennt. Hätten wir Druiden unsere Pflichten nicht versäumt, wäre dies nie geschehen. Ich bleibe hier und bringe ihnen bei, damit zu leben. Das schulde ich ihnen. Habt Dank für eure Hilfe, Wanderin. Was ist er, dass wir nicht um die Situationen wissen, war es nicht geschehen. Gehen oder nicht um die Situationen, sind wir geraten. Wir haben die Situationen nicht geschehen. Das ist ein Punkt, dass wir uns zu erreichen. Wir haben die Situationen nicht geschehen.